Einen wunderschönen guten Tag, Thilo. Ich gehe, also erstmal nach Hause, was? Das ist schwer möglich, aber ich gehe erstmal hier bei YouTube rein, weil ich möchte mit dir über das letzte Video reden. Jetzt weiß man, wenn wir es aufgenommen haben. Vielleicht erstmal hallo. Hi. Thilo Vorderbrück am Start. Martin Krolopf. Und wir reden mal wieder über Fotografie. Wie viel Fotopodcasts gibt es eigentlich? Boah, zu viele wahrscheinlich. Das sagt jemand, der zwei sozusagen macht. Anderthalb vielleicht. Boah, das war jetzt ein Diss. Nee, ist ja kein klassischer Podcast hier. So viel muss man, wir machen ja auch bewegt Bild. Okay, stimmt. Man sieht uns ja dabei. Eben. Also deswegen habe ich das jetzt gesagt. Man könnte das natürlich. Also wer will, kann das natürlich auch. Ich habe so ein paar richtig kontroverse Themen mitgebracht. Okay. Und die Menge an Fotopodcasts. Ja, ich habe mich bloß gewundert. Also ich meine, viele schreiben ja, dass sie uns dann hören, wenn sie zur Arbeit fahren oder irgendwie im Auto unterwegs sind. Und das dann auch ohne Bild. Und deswegen bleiben wir sozusagen visuell verfügbar. Aber machen das Ganze so, dass man es vielleicht auch nur hören kann. Audio only. Ja, ich muss mal ganz kurz. Ich hoffe, das geht. Hast du dir die Kommentare zum 284518Sigma-Video angeguckt? Einige, ja. Also es kommen ja auch viele dazu. Also es ist ein bisschen kontroverser, könnte man sagen. Wer hätte das gedacht. Ja, gut. Man sieht es ja doch immer. Also manche Themen werden ein bisschen heißer diskutiert als andere. Und das Objektiv hat anscheinend so ein bisschen die Kommentarspalte befeuert, weil anscheinend doch sehr viele was dazu zu sagen hatten. Was ja grundsätzlich erstmal schön ist. Ich finde, ehrlich gesagt, die Kommentarspalte bei diesem Video mal wieder ein bisschen subjektiv-objektiv vermischend. Wobei Kommentare ja immer irgendwie subjektiv sind. Irgendwie triggert es mich, wenn es dann subjektive Dinge zu objektiv werden. Zum Beispiel, also ganz kurz, wenn wir jetzt jemanden, wir haben ja sowieso gerade, wir haben eh einen Kanal mit sehr wenig Beteiligung. Liegt wahrscheinlich einfach daran, dass die meisten unserer Zuschauer sehr wohlwollend konsumieren, die Videos. Und dann einfach ihren Teil denken und oft auch zustimmend wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen. Und nicht kommentieren. Und ich glaube, was wir hier machen, kann natürlich auch in den falschen Hals kommen. Und das möchte ich in keinster Weise. Thilo, du musst mich dann retten, wenn ich irgendwie zu persönlich werde. Ich rette dich. Da schreibt jemand zu groß, zu schwer, zu teuer. Also es geht übrigens, haben wir das jetzt gesagt, um das Video zum Sigma. Ja, 28, 45, 1, 8. Das ist so, 28 bis 45, 28 mal 2 wäre 56. Das heißt also, es ist nicht mal ein zweifaches Zoom. Genau. Aber es ist halt von der Größe her wie ein 24-70, ne? Es ist schon, es hat eine gewisse Größe, ja. Und Gewicht, wie der Kommentierende ja auch schreibt. Ja, wobei es macht Sinn, weil eine Blende, eine Lichtstärke mehr, ein Blendschritt mehr, verdoppelt, ich habe mal gelesen, vervierfachtes Volumen. Also es ist fast wie ein Blendensystem. Ja, okay. Also kommt wahrscheinlich auf die Konstruktionszeit an, wenn man wirklich nur so symmetrisch baut. Okay, wenn man es gleich gut bauen möchte. Ja, ja. Das heißt, es ist 24-70 ungefähr so. Das heißt, es würde ja bei 24-70, 2-0, wir kennen ja den Elefantenfuß von Canon. Der ist deutlich größer, ja. Der ist nicht mal 24, sondern nur 28-70. 28-70, ja. Der ist ja riesig groß. Der ist doppelt so groß vom Volumen her. Locker, oder? Ja, doppelt. Ich glaube, wenn man halt die 1.8 der Blende haben möchte, dann hat man sozusagen, Sigma hat den Deal gemacht, wir lassen es gleich groß, halbieren aber die Brennweite. Den Brennweitenbereich, ja, ja. Also das finde ich super krass, wie logisch eigentlich auch Fotografie und komischerweise Objektivkonstruktionen sind. Ist halt Physik, ne? Ja, ne? Könnt man, erstaunlich. Ist keine Raketenwissenschaft, aber Wissenschaft. Aber verstehst du, du verstehst ja, was ich meine, aber hoffentlich versteht man das jetzt gerade, wenn man zuhört. Hätte man das 24-70 bei 2-0 gemacht, wäre es vom Volumen unfassbar groß. Jetzt hat man also sozusagen bei Sigma gesagt, okay, wir machen das auf 1.8, da bohren wir es auf. Aber wir halbieren die Brennweite und damit kriegen wir ungefähr die gleiche Größe wieder aus. Ja. Also, dann sind halt auch immer so Objektivitätssachen dabei. Ich finde, du kannst ja auch gleich mal dein Highlight raussuchen. Sehr viel sagen natürlich, dass es 35-150 von Tamron besser wäre. Ist natürlich eine sehr subjektive Entscheidung, für was man es auch einsetzt. Ist auch ein sehr anderes Objektiv. Ja. Viele jammern, dass es auf Rf nicht gibt und hoffen, dass es bis auf Z irgendwann gibt. Ja gut, das ist eine andere Frage. Aber ich finde, ich finde, ja schon wieder zu teuer, zu schwer, unnötig, dann. Hm. Hm. Ist halt seine Meinung. Also so muss man das vielleicht immer ein bisschen flecken, ne? Oh, da gibt es auch einige lange Kommentare, ne? Ja, da gibt es mega lange Kommentare. So ein bisschen rüber. Ja. Ich finde, ich suche ihn gerade. Da war so ein Kommentar dabei, der war so richtig, so richtig, so wie es hätte sein müssen und wie es hätte gebaut sein müssen. Und ich finde, da wollte ich mal mit dir drüber sprechen, dass wir uns ja, unsere Reviews sind ja per se, ich finde dieses Negative immer sehr, wie soll man das sagen, Thilo? Also unkonstruktiv? Ich glaube, es passt in die Zeit, einfach alles schlecht zu reden. Weißt du? Ja, ja gut, das funktioniert halt meistens. Das ist ja wie mit Politik. Weißt du so? Man kann ja, man kann ja sehr leicht sagen, die machen alles falsch. Hm. Man muss halt auch erstmal zeigen, dass man es besser könnte. Also das ist ja das große Ding bei vielen Kritiken. Ja. Dass es sehr einfach ist, gegen was zu schießen. Ja, das läuft aber schlecht. Wenn man dann fragt, wie könnte es denn besser laufen? Ja, das ist ja euer Job. Ja, es ist ja so. Viele Sachen sind ein bisschen komplexer, als man sich das immer vorstellt. Und da ist es, also ich weiß, was du meinst. Es ist, finde ich, findest du ja schöner, wenn man jetzt, wie in diesem Fall, ein Objektiv sich anschaut, erstmal zu denken, was kann ich denn damit machen und nicht, was kann ich denn nicht damit machen? Also, man kriegt ja kein 28,45, 1,8 Objektiv dahin und denkt sich, ja, für Militärfotografie ist das irgendwie nix. Den Kommentar suche ich auch gerade so ein bisschen. Ach so. Weil, da hieß es so von wegen, das ist ja ein völlig schwachsinniges Objektiv, lieber ein, ach so ja, irgendwo war so ein Kommentar mit, da nehme ich doch lieber ein 35er und laufe ein bisschen vor und laufe ein bisschen zurück. Und weißt du, warum ich da schmunzeln musste bei dem Kommentar? Ich finde ihn gerade nicht. Weil, ich kenne auch die Kommentare, weißt du, beim 28,75, immer wenn wir 28,75 highlighten, das Tamron, kommen überall aus jeder Ecke irgendwelche Leute, die sagen, ja, bei 28 sind halt nicht 24. Das, ja. Und du kannst halt nicht immer nach hinten laufen. So, das ist so. Es werden halt immer die Floors gesucht, so, ne? Pipi Langström-Style, ne? So, ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt, weißt du, so, ich sehe immer in meine Richtung irgendwas. Naja, man hat ja auch die Argumente, also, man kann es ja in jede Richtung sich schönreden, schönreden, also in jede Richtung argumentieren. Und das ist ja noch ein bisschen das Blöde vielleicht daran. Ich finde das Interessante ist ja, du bist ja so ein Q2-Mensch gewesen, jetzt nicht mehr. Ja. Und du hast ja die 28 auch genervt. Die 28 fandst du ja super kacke bei Menschen, aber in so Street und Raum war es voll geil. Ja, klar. Und du hast ja sozusagen mit der Q2 Leica voll am Leib erfahren, wie viel Unterschied ein 35 zu einem 28er machen kann. Total. Ich hätte mir ja lieber eine, also mit 35 wäre das eine ganz andere Kamera. Also, ganz andere. Aber ja. Genau, ich bin ja der RX1 R2 Typ. Ich habe ja die 35 2.0. Und ich finde das voll angenehm. Ja. Ich finde bloß, ein 35er ersetzt halt weder ein 28er noch ein 45er. Also, verstehst du, nur weil man mehr draufkriegen möchte, kann es ja nicht immer geregelt werden, mit nach hinten nach vorne gehen. Ich finde, da denken viele Menschen so einfach, so banal, aber halt so gefällig. Das ist so. Ja, und ich habe also mein größtes Problem, was ich damit habe. Also, Problem klingt alles ein bisschen groß. Bei 28 oder mit dem Objektiv oder mit den Kommentaren? Ähm, mit so Kommentaren. Okay. Also, es ist ja mit Sicherheit so, äh, nicht so, dass Sigma oder irgendwer so Objektive in den luftleeren Raum konstruiert, um dann zu gucken, wie es denn auf dem Markt ankommen könnte. Also, da werden sich Leute Gedanken gemacht haben, erstens, was gebraucht wird und zweitens, wie man es realisieren kann. Dass sie vielleicht dann so ein bisschen oben, unten so ein bisschen Einbuße haben, konstruktionsbedingt oder so. Aber es ist ja trotzdem objektiv, was mit Sicherheit Leute brauchen werden. Sonst würden sie es nicht bauen, weil die auch Geld verdienen wollen. Ich finde, ich finde es total krass, dass, dass man an dem Objektiv merkt, wie unterschiedlich sozusagen die Fotoszene geworden ist. Hier schreibt jemand, klar braucht man Primes, so ein Oschi möchte ich nicht auf meinem Gimbal haben. Und ich würde gerade sagen, so, hey, die Primes, die wir, also Primes, nur mal kurz als Übersetzung, sind Faceprint-Weiten, kommt aus dem ehemaligen Ur-Video-Bereich, wo man eine Prim-Linse hat, eine erste Linse und dann Vorsatzlinsen. Das heißt, die allererste Linse auf der Kamera war die Prime und dann wurden Weitwinkel-Tele Vorsatzlinsen. So wie man das von der Kompaktkamera kennt oder bei der Fuji 106, der aktuellen, da gibt es ja auch eine Weitwinkel-Vorsatzlinse. Das heißt, Primes, die Amerikaner haben mal wieder irgendwas sowas gemacht, was, gut, die Deutschen machen es wahrscheinlich genauso, aber das Wort ist eigentlich völlig falsch. Also ich finde, man sollte Primes nicht benutzen, weil es gibt keine Primes, also das gibt die erste. Also, zu erklären, ich glaube, ich hatte das ins Thumbnail geschrieben, weil Festbrennweite zu kurz war. Ach so, im Titel steht Festbrennweite. Uli, musst du gehen, natürlich war der Titel ein bisschen, naja, was heißt, reißerischer. Hast du wieder catchy gemacht? Das war eine Frage. Ja, okay. Braucht man noch Festbrennweiten? Unsere. Also, stell dir mal die Art Festbrennweiten von Sigma vor. Ist da irgendwas kleiner als die Kacke hier? Es geht so, ne? Es kommt natürlich auch, also klar, es gibt 1,8er Festbrennweiten, die unfassbar leicht und klein sind. Lumix zum Beispiel, ne? Ja. Die wiegen ja nicht viel. Hat natürlich auch immer ein bisschen Rückschlüsse auf andere. Ja, ja, die Performance. Zum Beispiel kamen viele Kommentare auch, dass es nichts für Hochzeiten. Ah ja, ein Kommentar fand ich noch sehr interessant und zwar hat jemand geschrieben, dass es so im People-Portrait-Bereich so gar nicht gäbe. Und ich finde es immer sehr interessant, weil es war auch von der, von der, also es war auch wieder so objektiv geschrieben. Ich lese ihn jetzt nicht vor, weil ich möchte ihn sozusagen nicht konkret da sozusagen ins Boot holen, aber ich lese gerade dabei und versuche es so ein bisschen umzusetzen. Es war halt so suboptimal für People und Hochzeit. Und ja, viel zu großer Brocken. Und ich denke mir so, wir rennen mit 85,1,2 auf Hochzeiten rum, 135,1,8. Das sind viel größere Brocken. Und im Weitwinkelbereich, wie geil ist es im Weitwinkelbereich, einfach eine Linse zu haben, mit der man so alle Close-Ups machen kann. Weißt du, so bei der Party abends 28, dann doch mal Makro. Also ich finde das so geil. Ich finde das so geil. Ja, und es ist natürlich, also es gibt für alles eine Anwendung. Es gibt Leute, die fotografieren Hochzeit mit einem kleinen 35er ausschließlich. So, weißt du? Also da frage ich mich immer, Tilo, wir machen doch die Videos. Und bei dem Video haben wir ja unfassbar viele Fotos von Chiara mit reingebaut, oder? Und da waren ja unfassbar viele Beispiele auch von 28, 35, 45 auch dabei, wo man den unterschiedlichen Look gesehen hat. Und ich fand, wir haben ja auch reingeschrieben, dass so, boah, also 45 ist schon noch so ein bisschen weitwinklig verzerrend für Close-Ups. Also ich würde es jetzt Hochformat-Close-Ups nicht gerne einsetzen. Aber alles, was so querig ist, klappt wunderbar. Ist so ein szenisches Objektiv halt. Genau. Warum, woher kommen die Leute, die das dann immer so schlecht, also Sigma-Art-Objektive sind sowieso Sparten-Nischen-Objektive. Ja. Und ich finde es immer sehr krass, wie dann so geschrieben wird von Leuten, die sowieso schon in der Nische sitzen, dass etwas nischig ist, weißt du? Das ist die Nische in der Nische oder so, ne? Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass das Objektiv eher ein Video-Objektiv wurde, weißt du, weil es so L-Mount mit APS-C-Crop, 16, also 16, 16, wie nennt sich das, 16 Millimeter, APS-C, also, wie heißt dieser Crop-Faktor beim Video? Super 35. Super 35, Entschuldigung, ja. Super 35, das ist so, weißt du, bei den L-Mount-Kameras, ist es ein 28, 45, wird dann mal 1,6 halt hoch skaliert, auf so ein 35, 40, 70, so. Das ist so ein schöner Bereich mit 2,8er-Freistellung, 1,8er-Lichtstärke, ich glaube, da wurde sehr viel an so Super 35 L-Mount gedacht, ne? Ist ja auch innen gesumt quasi, ne, also verändert jetzt nicht krass die Balance oder so, dass man das am Gimbal auch gut benutzen kann, weil jetzt ehrlich, also Gimbal sind ja mittlerweile auch, sehen ein bisschen anders aus als vor 5 Jahren. Ja, die wurden ja Monster-Transformer, oder? Die tragen alle 4 Kilo oder so, da tut jetzt... Plus der Arm trägt es halt nicht mehr. Ja, ja, genau, das ist jetzt eher mittlerweile der Bottleneck wahrscheinlich. Der Bottleneck ist der Arm. Aber, also klar, ich kann verstehen, dass man natürlich keine schwere Kombi an einem Gimbal haben möchte. Aber sie sind halt dafür gebaut, dass man es machen kann. Ja. Also, und mit Sicherheit, ja, es ist ein gutes Video-Objektiv. Man hat halt quasi die Festbrennweite, die man ungern eher wechselt, ein bisschen ausstaffiert. Ich meine, wenn du jetzt überlegst, dass so eine Z9 oder auch die neuen L-Mount-Kameras ja noch so einen Digital-Zoom haben, der sehr gut funktioniert. Tatsächlich, ja. Ja, da kriegst du ja dann mit so einem kleinen Zoom-Objektiv einen recht großen Zoom-Bereich hin. Also, da reicht ja schon so ein bisschen, um die Brennweite zu verändern, dass man dann also einen relativ großen Effekt hat. Ich möchte jetzt nicht, Taylor, dass das so rauskommt, als ob wir das Objektiv rechtfertigen wollen würden. Für uns ist es ja, und das sehe ich jetzt ganz kurz in die Kamera, das ist ein Objektiv. Nächsten Monat gibt es ein neues Sigma-Objektiv, dann kommt wieder ein Tamron-Objektiv, dann kommt wieder ein Canon-Objektiv, dann kommt ein Nikon-Objektiv. Also, die Hersteller, die erweitern ja ihr Produktportfolio ständig und wir gucken uns einfach die Sache an und sagen unsere Meinung dazu und gucken natürlich, dass wir positive Anwendungsbereiche finden. Weil ganz ehrlich, so wie ich es gesagt habe, dieses konstante Nörgeln schlecht machen, ich habe da auch irgendwie keinen, ich finde das mental auch anstrengend. Ich wollte gerade sagen, es ist einfach anstrengend. Könntest du dir so einen YouTube-Kanal vorstellen, der die ganze Zeit irgendwie rummosert? Ich fände es auch anstrengend zu gucken. Also, ich finde es auch, weißt du? Ich glaube, das befriedigt Leute, die selber sehr unzufrieden mit ihrem Leben sind. Es ist halt immer eine relativ einfache Strategie, was zu sagen zu haben. Weißt du, wie ich meine? Also, das klingt vielleicht jetzt ein bisschen böse, aber natürlich ist es einfacher, irgendwie Sachen zu kritisieren, als sich vielleicht ein, zwei eigene Gedanken mal zu machen. Und natürlich ist es alles irgendwie legitim, wenn man, also... Ich meine, der mag den Teil der selber. Weißt du, so der, die, 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 guck mal, zum Beispiel 2875 G2, jetzt an der Z, wie viele Leute kennst du oder haben geschrieben, boah, ich habe mir 2475 von Nikon verkauft und nehme jetzt das 2875 von Tamron. Weil es einfach die bessere Lösung ist. Also, für viele, die jetzt keinen 2475 haben. Genau, und die letzten zehn Prozent, wenn du die brauchst, dann weißt du halt ganz genau, warum du das S brauchst von Nikon, ne? Ja. Also, das heißt, es gibt einfach eine Variante mehr, eine Option mehr. Und bei Sigma ist es, ich meine, überleg doch mal, welche Linsen da in letzter Zeit kamen, 14mm, 1,8 oder so, für Astrofotografie. Warum hat da keiner einen Shitstorm gemacht? Aber hey, das kannst du ja gar nicht in der People-Fotografie... Also, weißt du so? Ja, ja, ja. Sigma, finde ich, konzentriert sich sehr stark auf super spezielle Linsen. Gut, jetzt kam auch das 74 G2, äh, nicht G2, das 74 in der 2er-Version raus. Sowas muss man halt auch immer noch bedienen. Aber ich finde es ehrlich gesagt langweilig. Es ist halt ein Standard-Zoom, ne? Also, wie der Name halt sagt, es ist relativ Standard. Nein, und auch das hat ja alles, das ist ja das Schöne, es hat ja alles seine Berechtigung. Und jeder, also, es wird immer jemanden geben, also es wird genug Leute geben, die sich das jeweilige Objektiv kaufen, was sie es gut finden und gebrauchen können. Ich finde auch immer krass, wie so die ersten Kommentare, Entschuldigung, dass ich unterbreche, wie die ersten Kommentare bei YouTube immer so eine Richtung angeben. Hast du mal gemerkt? So, wenn drei Leute schreiben, zu teuer, zu groß, zu schwer, dann sammeln sich irgendwie, dann kommen alle aus den Löchern und sagen, da kann ich nochmal mit draufhauen, so. Ja, so Broken Window Syndrome Theory, ja. Ja, nee, aber ist schon so, ne? Das ist so, das ist so. Ich meine, uns ist es ehrlich gesagt egal, weil, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, aber Kommentare und Interaktionen sind Kommentare und Interaktionen. Also, man kann auch Daumen runter geben bei YouTube. Kann man auch. Wird genauso gut gewertet wie ein Daumen hoch. Alles Interaktion. Das ist das Lustige. Der Punkt, wobei es auch wieder logisch ist, dass YouTube einfach sagt, Hauptsache die Leute gucken. Traffic, Werbung. Werbung, Traffic ausspielen. Hauptsache, man kann Werbung ausspielen, was da irgendwie geklickt wird zwischendurch. Vollkommen egal. Für YouTube völlig egal. Ist ein Geschäftsmodell. Ja, ist im Fernsehen irgendwie genauso, ne? Dieses Zeugs, was zwischen den Werbeblöcken ist, das ist ja eigentlich auch irrelevant. Muss eigentlich bloß möglichst viele Zuschauer. Oh, jetzt ist das Ding rein. Geht's jetzt weiter oder geht's jetzt nicht weiter? Es geht wahrscheinlich weiter. Komm, wir wagen es einfach mal. Wir riskieren es mal. Oder geht der wirklich Standby? Nee, nee. Okay. Wir sind immer so abgelenkt. Wir müssen das ändern, Thilo. Das müssen wir wirklich ändern. Leg mal deinen Finger auf den Entsperrer hier drauf. Ja, es geht noch weiter. Nee, du, ich fand's halt einfach sehr, sehr, sehr krass, weil ich finde ja wirklich, dass das Objektiv einfach mal eine schöne neue Sache ist. Ist eine Option, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, wenn jemand so weitweglich unterwegs ist, wie wir es eigentlich sind, ne? Ich meine, was ist deine Standardbrennweite auf einer Kamera? Sehr unterschiedlich. Nee, was ist Standard? Also ich hab jetzt an der Dingens immer das 35er drauf. Also es wusste ich doch, dass du das sagst. Könnte auch ein 50er sein. Ja, er ist selten, da musst du schon aktuelle Motive haben, dass du mit einer Leica einen 50er nimmst. Ja. Aber 35er, ja. Okay, bei mir ist ja auch 35, 24, 50, so eins von den dreien ist es immer. Jeder aus dem Team-Grohrlopp-Gerst hat immer irgendwie ein 23er auf APS-C oder ein 35er auf Wolfmann, das stand da drauf. Olli hat, glaube ich, noch irgendwie so ein 18er, was dann irgendwie 24er, irgendwie sowas ein bisschen höher wird oder 27er wird oder sowas. Julia hat, glaube ich, eine Fuji des Wildrock 27 irgendwie gerne drauf. Stimmt, ja. Aber wir sind ja alle in diesem Bereich unterwegs und für solche Leute ist so ein Zoom-Objektiv mit Blende 1.8 halt einfach eine geile Option. Mehr Gewicht, mehr Größe, mehr Geld, aber halt auch echt viel Variantens drin. Ja. Und für alle anderen ist es halt einfach keine Option. Ich weiß nicht, warum man da... Was auch vollkommen fein ist, ja. Ich meine, man muss ja nicht immer ein Loblied dann auf alles anstimmen, was man nicht selber gebraucht oder brauchen kann. Aber dann... Und by the way, zu teuer, zu schwer und zu groß ist auch wieder so eine Betrachtungsfrage. Wenn man natürlich einfach so ein Nifty Fifty 50mm 1.8 aus Kennen, zehn Jahre Altzeiten betrachtet, natürlich ist es zu teuer, zu groß, zu schwer, das sieht man dann. Ja. Aber wenn man ehrlich mal, wenn man jetzt eigentlich aktuell informiert ist, was Objektivbau betrifft und mal so ein bisschen verfolgt hat, was so in letzter Zeit rauskam. Ich finde es für eine Art Linse, ehrlich gesagt, also ja. Dann ist es weder teuer, weder groß noch schwer, so gefühlt gegenüber anderen Objektiven, ne? Ja. Also da haben... Und trotzdem kann es halt jemandem zu schwer sein. Und das ist ja auch fein. Komischerweise beim 50mm 1.2, Nikkor... Riesig. Hat keiner geschrieben, zu groß. Ja, weil man dann sich vielleicht denkt, heute 1.2. Ja, aber es ist... Aber 1.8 über so einen Zoom-Range zu haben, ähnlich. Und vor allem auch wieder objektiv-konstruktionstechnisch natürlich... Ja, ja. Ja, gut. Machen wir weiter. Ich habe noch ein kleines Thema, was ich mit dir besprechen wollte. Und zwar, hast du das mitbekommen in letzter Zeit, dass es eine kleine Diskussion gab über so Kamera-Reviews bei YouTube? Ja. Gerald Undan hat es, glaube ich, gestartet. Gerald Undan. Ja, ist von Kanadier. Ja. Hast du es gesehen? Ja, habe ich gesehen. Wie würdest du es unseren Zuschauern kurz erklären? Ja, es ging so ein bisschen darum, ich glaube, der Titel des Videos war irgendwie YouTube Reviews Need to Change oder so in der Art, ne? Irgendwie sowas. Ja, es ging halt darum, wie zu einem gewissen Zeitpunkt sehr viele Videos gleichzeitig online kommen, dass irgendwie Hersteller irgendwie seiner Meinung nach Sachen auch ein bisschen forcieren. So würde ich es... Ja, und dass man das ja eigentlich nicht nötig hat. Das war so ein bisschen sein... Und wie ist deine Meinung? Was heißt nicht nötig? Ich glaube, das ist ein vielschichtiges Thema. Ich muss auch vorweg schicken, bei ihm klang so ein bisschen gekränktes Ego mit dran. Das fandest du auch? Ja. Boah, ich wollte gerade sagen, es hat so ein Beige... In meiner Heimat, sag mal Geschmäckle. Geschmäckle, ja. Ja, Geschmäckle. Wenn man so noch nicht eingeladen wurde und dann sowas macht. Weil das war so ein bisschen der Aufhänger des Videos, um ein bisschen Kontext zu geben. Es gab ja auch zu S9 ein Launch-Event in Osaka, glaube ich, dieses Mal, wo er halt nicht eingeladen wurde, weil, so sagt er es, ich glaube, andere Leute sagen das anders, die S5 oder S52 als Stranger-Kamera mal bezeichnet hat oder so und das irgendwie nicht zum Lumix USA-Wording passt. Ich muss ja sagen, ich finde das genauso schwierig. Aus der Seite von einem YouTube-Creator kann ich sehr gut verstehen, was er sagt. Und ich finde auch, ehrlich gesagt, da sind so ein paar Punkte dabei, die ich sehr, sehr, sehr verstehe und auch genauso empfinde. Also, wir hatten ja auch schon oft irgendwie, sind wir nicht zum, keine Ahnung, schon beim Sigma-Video waren wir auch wieder drei Tage so spät, weil wir es einfach so viel fotografiert haben, dass wir es nicht geschafft haben in der Zeit. Und ich finde aber, ich glaube, er vernachlässigt einfach die Seite der Industrie, die aktiendotierte Unternehmen weltweit agieren sind und die sehr stringente Richtlinien haben und da hängen natürlich auch Jobs dran. Also, klar, die brauchen Zahlen, die brauchen irgendwelche Reportings und deswegen brauchen die auch. Würdest du so einen ehemaligen Bäckermeister mit einem erfolgreichen deutschen YouTube-Kanal irgendwie, keine Ahnung, ein Objektiv geben, fünf Wochen vor Launch, wenn da ein Job dran hänge? Also, was ich meine, also, das sind ja, das sind ja so, du unterzeichnest, dann hat er ja selber gesagt, so NDAs und Verschwiegenheitserklärungen und sonst was und dann kannst du ja richtig, richtig rund gehen für die jeweiligen Leute, die da sitzen, das rauszugeben. Und, was man natürlich auch sagen muss, ist, es kauft doch keiner mehr eine alte, also, stell dir mal vor, jetzt würde bekannt werden, dass eine R5 II in genau zwei Monaten rauskommt von Ken. Ja. Dann würde ja zwei Monate, zwei Monate würde ja keiner mehr eine R5 kaufen. Die Verkäufe von Ken würden ja einbrechen des Todes. Also, das ist ja ein super vitales Interesse von Firmen, das absolut geheim zu halten, wann der Nachfolge von was rauskommt, weil dann sofort die Verkäufe vom Vorgänger einbrechen. Ja, wobei, weiß ich nicht genau. Also, ich glaube schon, dass Rumors auch teilweise ein bisschen bewusst gestreut werden. Ich glaube, ich glaube schon. Ansonsten kann ich mir viele Sachen, könnte ich mir viele Sachen nicht ganz so erklären, dass zum Beispiel manche Firmen überhaupt keine Sachen durchsickern lassen. Ich weiß. Und manche dann doch irgendwie deutlich viel. Ich weiß aber, und das weiß ja auch, dass da teilweise Köpfe rollen, wenn. Klar. Also, das haben wir schon miterlebt, dass da richtig, richtig Stress gemacht wird. Ja, ja. Ich glaube nur, also, es ging ein bisschen verschwörungsmäßig, aber um so ein bisschen die Maschinerie auch am Laufen zu halten. Ich glaube, Rumors tun generell. Ich glaube aber nicht bei solchen, also ich glaube, ich glaube bei Apple mit so einem iPhone, wo super viele Handyverträge so laufen, verkauft werden und abverkauft werden und ganz viel mit Rabatt. Ich glaube aber ehrlich gesagt, bei Produkten wie Kameras ist das super tödlich, weil du kaufst dir eine Kamera alle drei, vier, fünf Jahre und dann wartest du und wartest und dann kannst du die drei Monate auch nochmal warten. Und dann liegen da ein Lager voll mit, und ich glaube, der Moment, wo sicher dasteht, okay, da ist schon was im Kommen, in zwei Monaten ist es da oder der Reviewer XY hat so eine Kamera, da geht die Hölle ab im Verkaufsmarkt. Weil das nicht so diesen durchlaufenden Posten, weißt du, da ist keine Telekom da, die einfach 20.000 Handyverträge am Tag verkauft. Ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ich weiß schon, was du meinst. Ich glaube, da gibt es Firmen, die können besser leaken, als im Fotobereich, wo der Zyklus so frappierend brutal ist. Stimmt natürlich, wobei der Kamerazyklus natürlich auch wesentlich schneller geworden ist, als noch vor fünf, sechs, zehn, irgendwas Jahren. Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt eine vier Jahre alte irgendwas Kamera hat, dann kann man, glaube ich, schon halbwegs erahnen, dass man sich jetzt vielleicht nicht die vier Jahre alte Kamera kauft, weil es möglicherweise bald den Nachfolger von geben wird. Ist auch vollkommen egal. Ich weiß aber auch da wieder Kommentare, die wir so lesen, so, oh Mann, jetzt ist das raus, ich habe mir vor zwei Wochen das andere, aber das habe ich ja schon häufiger, du hast das ja genauso gelesen in YouTube, das regt ja Leute wirklich auf. Ja, wobei man auch da immer sagen muss, das, was man gekauft hat, wird ja dadurch nicht schlechter. Ja, das stimmt. Aber ich finde, ich finde, und da wollte ich nochmal drauf zu sprechen kommen, so, ich glaube, das ist doch, das ist doch an den Menschen liegend, aus der Situation etwas draus zu machen. Also, meinst du jetzt von Creator-Seite oder von? Von Creator-Seite. Es gibt ja viele Aspekte, die in dem Video, meine ich, von Gerald und Dunn vernachlässigt wurden. Sagen wir vielleicht erstmal die Sachen, die meiner Meinung nach falsch sind, nicht alle abschließen, sondern ein zum Beispiel ist, wir haben schon miterlebt, dass es einfach nicht genügend Kameras gab für Europa. Also, wir haben schon miterlebt, dass es Lounges gab, wo es einfach hieß, es sind zehn Kameras in Europa verfügbar. Jetzt machen erst die Deutschen ein Event, dann machen die Österreicher ein Event, dann machen die Franzosen ein Event, dann machen die Engländer ein Event, dann hast du eine Woche lang ein Event. Und dann gehen die zehn Kameras so mit Hyper-Express von Land zu Land, weil es einfach nicht mehr Kameras gibt. Man kann nicht jedem YouTuber in jedem Land vier Wochen vorher manchmal eine Kamera zur Verfügung stellen. Das wären ja hunderte von Kameras, die abschreibetechnisch auch oftmals in den Ländern abgeschrieben werden. Also, die müssen das ja, also die Vertriebsgesellschaften, also vielleicht erklären wir das, aber das müsste eigentlich jedem mit einem bisschen Menschenverstand einleuchten, Kennen Japan verkauft an Kennen Deutschland die Kameras, die müssen das Geld auch wirklich zahlen und dann werden die sozusagen als Demosamples abgeschrieben und das ist natürlich bilanzierungstechnisch richtig, also da muss man auch einfach mal die Kirche im Dorf lassen, dass es manchmal Möglichkeiten gar nicht gegeben sind, abseits davon, dass es vielleicht gar nicht genügend Kameras oder Objektive gibt. Ja, ja, ich glaube, also ja, das ist auf jeden Fall falsch. Dann, ich finde falsch, dass da mitunter auch reinspielt, da steckt ja sowas wie drin, so von wegen, die werden eingeladen und dann werden die schönen Dinge gezeigt, die negativen Dinge aber nicht. Das ist jedes Produkt, was veröffentlicht wird. Das ist natürlich irgendwie klar, also es stellt sich ja keiner jetzt auf eine Bühne und sagt so, ah, hier, das ist die neue Kamera, Autofokus, nicht so geil. Und übrigens, Bildqualität auch nicht so gut geworden. Bitte nicht im Dunkeln fotografieren. Nein, also das ist natürlich klar. Ich glaube, was Ihnen so ein bisschen, also in Bezug auf, es war ja die Zeit, die er auch angesprochen hat, die man mit der Kamera hat. Ganz kurz, wir wollten ja sagen, die Sachen, die er recht hat, die können wir ja gleich nochmal sprechen. Aber ich finde, ehrlich gesagt, da glaube ich, die Qualität der Reviewer sollte dafür ausreichen, dass man auch Dinge kritisch hinterfragt. Das wollte ich gerade sagen, das macht ja auch, glaube ich, jemanden aus, der sich damit beschäftigt und seinen Senf dazu gibt, dass man vielleicht auch auf manche Sachen selber kommt. Ja. Und wenn man nicht selbst drauf kommt, scheint es ein nicht allzu großes Problem zu sein. Wenn man es, also, weißt du? Und da kommt auch wieder dann die Spezialisierung der unterschiedlichen YouTuber raus. Ich meine, wir sind Portrait-People-Fotografen, wir sind Reise-Bisschen und viel Filmen. Also wir gucken natürlich anders auf ein Objektiv als jemand, der nur Landschaft macht. Also ich sehe das ja immer bei den Landschaftsfotografen, die haben ja Autofokus gar nicht so ein großes Thema wie jetzt wir. Und unser Autofokus-Thema ist ja ein Witz gegenüber den Vogelfuzzis. Zum Beispiel, ja. Also deswegen, es gibt super viele unterschiedliche Anforderungsprofile, die ja dann auch die jeweils, deswegen gibt es ja wahrscheinlich auch viele davon, weil jeder so seine Nische irgendwie findet und Sachen halt anders betrachtet als jemand anders. Und was fand ich noch falsch? Also es gibt noch viele kleine Dinge, die ich falsch fand. Ich finde, wenn man, ich meine, du warst jetzt ja beim S5-Launch, da hatte ich ja weder Lust noch Zeit. S5-2, ja. Das ist halt schon auch geil, mit Leuten in Verbindung zu kommen, die diese Kameras, was wir an Wissen bekommen haben für unser Blog, in dem wir mit den eigentlichen Entwicklern reden. Also das ist super beeindruckend. Also das kann man hier an der Stelle mal sagen, Thilo hat das auch schon mehrfach erlebt, aber da sitzt einfach dann am Abendessen diejenige Person, die die Kamera entwickelt hat. Und dann sprichst du mit jemandem und dann sagt der, ach ja, ich war für das User-Interface zuständig. Und dann sagst du, ja, aber warum liegt das da? Und dann erklärt der plötzlich. Ja, es schließen sich halt viele. Also ich finde, das hat, also mich hat nichts, außer Anders Uschold oder jetzt Objektiv, Sensorstrecke. Also Anders oder Hans, die haben mich beide so weitergebracht, aber ansonsten haben mich weitergebracht wirklich Gespräche mit den Entwicklern. Ja, ja, weil es tut oft gut, mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu schauen. Ja, und die lassen natürlich dann auch zwischen den Zeilen mal Infos droppen, die man vielleicht gar nicht so weitergeben kann, aber die trotzdem sehr interessant sind zu wissen. Also wo kommt man mit einem Entwickler von einem Sensor zusammen? Wenn man nicht in diesem Bereich arbeitet. Ja, also weißt du, wie ich meine, das ist so, das ist ja nicht immer nur negativ, was man da irgendwie vorgesetzt bekommt, sondern es sind Möglichkeiten, die man hat, mit Leuten zu reden, die wirklich beeindruckende Vitas haben und beeindruckende Dinge machen und ob das jetzt alles gut oder schlecht ist. Ich glaube, die sind oftmals sehr selbstkritischer, als man denkt. Also sowieso die Japaner, ja. Was fandst du richtig, was er gesagt hat? Also ich glaube, er hat das ja auch so ein bisschen, was heißt, in den Kontext gesetzt, aber so von unserer Seite aus ist es, glaube ich, gar nicht so relevant, ob jetzt etwas zu einem gewissen Stichtag kommt online, dass das für Hersteller relevant ist und für Leute, die im Marketing sitzen und Zahlen hinterher schieben, mit Sicherheit. Jetzt zum Beispiel für uns ist es, glaube ich, relativ egal. Also Fotografie, Nische, ob man jetzt, also ich meine jetzt, ob man am Montag um 14 Uhr ein Video zu einem bestimmten Objektiv raus hat oder halt zwei Tage später oder eine Woche später. Ich glaube, das ist wirklich relativ egal. Dass da natürlich was dranhängt, wie gesagt, kann man verstehen. Aber das war, glaube ich, auch so ein bisschen sein Punkt da drin, dass man, das war ja so ein bisschen Aufruf an alle Creator, dass man sich so ein bisschen zurückbesinnen sollte, wo man vielleicht auch herkommt oder so. Und natürlich war das so, zu Anfangszeiten kriegt man keine Objektive hin und her geschickt oder neue Kameras vier Wochen vorher oder so, sondern hat halt irgendwie das gemacht, worauf man Bock hatte, was man auch zur Verfügung hatte. Und daraufhin hat man sich halt so eine Followerschaft überhaupt erst aufgebaut. Aber da sind wir wieder bei einer Sache, wo, Entschuldigung, jetzt springe ich zurück, wo Unrecht hat. Wie oft bemühen wir uns um Dinge? Also, muss man überlegen. Wie oft kriegen wir was angeboten zu testen? Wie oft fragen wir aktiv nach? Und das ist ja eine krasse Diskrepanz, also das ist ja eine krasse Disverhältnis. Das wirkt immer so, als ob, also wir haben jetzt einen der stärksten technisch versierten Kanäle in Deutschland und trotzdem kriegen wir, wir müssen uns aktiv bemühen. Ich meine, da hat, keine Ahnung, ich habe da ein Video von einem Kollegen hier in Deutschland im Kopf, der sich so ein bisschen beschwert hat, dass keiner zu ihm kommt und die Sachen anbietet und so. Und ich denke mir so, ja, vielleicht kann man auch einfach fragen. Also, weil ich meine, wir fragen doch auch. Also, ich habe jetzt, ich habe jetzt gerade auch angefragt wegen dem neuen Kennen 35er. Das interessiert mich, weil es voll meine Brennweite ist. Immer wieder beim 8.3. Und das, das habe ich angefragt. Also, das habe ich einfach bei Kennen Deutschland angefragt und habe gesagt, hey, wann gibt es die denn? Können wir das haben? Wie lang können wir es haben? Und das ist natürlich dann die nächste Sache. Wenn dann halt was zurückkommt und sagt, ja, wir haben eins da und das könnt ihr für zwei Tage haben, dann sagst du, nee, gut, das bringt im Prinzip nichts. Also, weißt du, das ist so. Ja, man bricht sich auch keinen Zacken aus der Krone, so. Ich glaube übrigens, Entschuldigung, wenn ich hier sage, ich glaube, in Amerika gibt es auch eine sehr, sehr, sehr krasse. Ich finde, der US-YouTube-Markt ist auch nochmal anders. Erstmal gibt es ganz viele Leute, die anderen Leuten erzählen, wie sie erfolgreich werden. Und ich glaube, dieses YouTube-Video erfolgreich werden, das ist bei denen ein eigenes, also es war ja bei uns auch eine Zeit lang mit diversen Leuten aus dem Fotobereich, die dann plötzlich Business-Coachings gemacht haben und so. Und vielleicht selber lieber ein Business-Coaching gemacht hätten. Aber, ich glaube, die meisten, die aus dem Fotobereich in diese Richtung abgedriftet sind, die werden mal besser im Fotobereich geblieben. Also, ja. Oder? Ja, ja, doch schon. Kann man so sagen. Es ist aber komisch, wenn man von vermeintlich erfolgreichen Leuten lernt, wie man, also warum bringt, also, ist ja nicht purer Altruismus. Also, ja. Ich glaube, das, was halt Gerald auch ein bisschen macht, ist so ein bisschen auch wieder so in so ein kleines Einzelgängerhorn blasen, weißt du, so. Ja, ja. Ja, klar. Und trotzdem ist es, also ich glaube, das größte Problem daran ist immer, dass das, was auf der einen Seite passiert oder was man sich wünscht, was ganz anderes ist, als auf der anderen Seite passiert. Also Hersteller, Creator, sagen wir jetzt einfach mal. Dass die Anforderungen beziehungsweise auch die Wünsche da ein bisschen sehr auseinander gehen teilweise. Und damit sage ich jetzt nicht, dass man, das klang ja auch leider so ein bisschen an, dass man irgendwie die Meinung vorgeschrieben bekommt, finde ich, also nicht. Gar nicht, ne? Überhaupt nicht. Also, ich kann es jetzt im konkreten Fall, vor allem bei Lumix sagen, dass denen das, also, was heißt, bumms egal, ist es denen insgeheim ja wahrscheinlich nicht so. Ist es nicht, ja. Sind wir ehrlich, also, man möchte ja schon auch irgendwie einen positiven Outcome davon haben, aber da wird ja nicht gebrieft oder so. Ja, zum Gegenteil, die fragen ja sogar eher noch nach, was einem nicht gefällt. Es gibt da also bei solchen Treffen, haben sie bei dir in Osaka auch gemacht? So ein Zusammensetzen mit Tokio. Ach, du warst in Tokio. Haben sie da auch gemacht mit so Fragerunden, was nicht, was besser sein könnte? Ja, ja, ja. Und deswegen war das auch, glaube ich, zu dem Zeitpunkt auch klar, dass das jetzt auch nicht möglicherweise die finale Firmware sein wird oder so. Und vielleicht noch ein paar Sachen geändert werden. Jetzt natürlich nicht Gehäusedesign, weil das, also, wird wahrscheinlich schwer. Ja, aber das ist, aber die sind da, die haben alle, das glaube ich, kann man so sagen, alle Hersteller haben extrem offene Ohren, wenn es um Feedback geht halt, ne? Da ist ja wieder das gleiche Thema, was wir jetzt gerade auch mit dem Sigma 2845 hatten. Ja. Ich glaube, es bringt doch gar nichts und das wissen, glaube ich, gerade die, die erfolgreich sind oder ein bisschen länger in der Sache drin sind, es bringt doch nichts, die Leute zu veräppeln, die einem folgen und vertrauen, weißt du? Eben. Also, wenn mich jetzt jemand fragt, Martin, wie findest du das objektiv, kriegt er meine ehrliche Meinung? Ja. Weil im Grunde genommen ist doch der YouTube-Kanal und die Abonnenten und die Fans, die dann auch nachher vielleicht mal ein Buch holen, also mal zum Workshop kommen oder mal sonst wie auf einem Event treffen. Das ist ja das, was er auf richtiger Weise sagt, das ist ja die eigentliche wichtige Sache bei YouTube. Ja, ja. Es sind ja nicht die Firmen, die wichtig sind, es sind ja die Zuschauer und die Leute, die die Videos angucken, die dann nachher wichtig sind. Warum sollte man denen denn sich riskieren, die Unwahrheit zu sagen? Eben, also Glaubwürdigkeit ist halt eine hohe Währung in diesem Game, so, ne? Also, ich glaube, jeder ist irgendwie in gewisser Weise käuflich, aber das müsste man ja, da müssten wir ja schon irgendwie den YouTube-Kanal danach dicht machen. Ja, es ist in gewisser Weise käuflich und, also, ja, also, ja. Naja, komm, ich rede einfach nur mal, wenn ich jetzt irgendeinem YouTuber sagen würde, kriegst du eine Milliarde, rede bitte genau die Worte, würde das tun. Ja, natürlich, klar. Also, aber danach wäre sein Kanal halt kacke durch, irgendwann. Also, das muss man halt, die Konsequenzen muss man beachten. Weißt du, ich meine? Ja, ja, klar, klar. Aber da hat man eine Milliarde, irgendwas. Ja, Yen. Auch das ist, glaube ich, gar nicht so wenig. Aber, 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 weißt du, was ich meine? Also, ich wollte mit nicht sagen, dass, 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 dass wir jetzt käuflich sind, sondern ich wollte mit sagen, ich glaube, jeder Mensch hat irgendwo ein Moral, die kippt. Ich bin da sehr. Ja, natürlich, klar. Ich bin da sehr kapitalistisch. Das wäre komisch, wenn ich, also, also. Ja, das ist so, das ist so, das ist so, ich fand da mal eine lustige Sache, wobei das auch mega fies war. Also, ich will das gar nicht beurteilen. Da ist jetzt auch irgendwie jemand irgendwie so auf Friday for Futures Demos gegangen und hat dann irgendwelche Luxusreisen in die Malediven angeboten. Und dann irgendwie so acht von zehn haben halt gesagt, okay, sie fahren sofort zum Flughafen und sind in den Flieger gestiegen. Also, natürlich war das hart, das war fies, weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Und natürlich wollte man damit einen Punkt, äh, Friday for Futures, die Demonstrationen sind ja nicht dafür da, dass man selber sein Leben kaputt einschränkt, sondern, also, da geht es ja um eine generelle Message. Ich schätze, wenn er gesagt hätte, du kriegst einen Gratisflug von Köln nach Hamburg, hätten viele Nein gesagt. Ja, zum Beispiel. Ja, genau. Aber, weißt du, wie ich meine? Also, ich meine einfach nur, ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass in gewisser Weise schwebt immer da so ein, so ein Damoklesschwert, so von wegen, jeder ist käuflich oder jeder ist kaufbar drüber. Das, das Ding ist aber, ich glaube, gerade die Leute, die erfolgreich sind, wissen, was sie aufs Spiel setzen. Weißt du, wie ich meine? Ja, ja. Ja, ja. Und 15 Jahre machen wir jetzt YouTube, den Kanal, ne? 2008, glaube ich, sind wir, haben wir uns angemeldet in der Hinsicht oder 2009. Wir haben nie mit Werbung oder irgendwelchen bezahlten Sachen irgendwelche Abonnenten gesucht. Warum sollten wir wegen einem Kamera-Review? Ja. Weißt du so, und das steckt ja in diesem Video auch so ein bisschen drin, dass die Leute, die wirklich so lange gearbeitet haben und so erfolgreich geworden sind, Northrop, Petapixel und sowas, weißt du, die richtig Wissen angesammelt haben, warum sollten die sich für, also auf der einen Seite sagt Gerald halt, keine Ahnung, wenn ich in Urlaub fliegen will, dann fliege ich in Urlaub, das ist kein Trip, das ist kein Urlaubstrip. Und ich meine, du bist ja auch aus Tokio gekommen und warst am Arsch. Also, ja. Absolut. Du warst für drei Tage dort oder sowas, oder vier Tage? Ja, ich glaube, drei Tage, ja. Und davon zwei Tage fliegen oder so. Ja, dann waren es vier, glaube ich. Ja, aber es ist ja eigentlich auch völlig bescheuert, das ist ja kein Entspannung. Das ist ein bisschen gaga, ja, ja. Und auf der einen Seite sagt er, ja, wenn ich mir Urlaub machen möchte, dann leiste ich mir Urlaub. Aber er denkt nicht, dass die anderen auch so denken könnten. Ja, ja. Wobei, wie gesagt, also, ne, das war auch so ein Punkt, dem ich teilweise zustimmen konnte. Also, weil, ich weiß gar nicht so genau, wie ich das formuliere jetzt. Er glaube ich, nee, also nicht, weil es böse ist, sondern weil es irgendwie... Missverständlich. Missverständlich, genau. Weil er, glaube ich, auch so das Gefühl hat, dass die Hersteller einem damit einen riesen Gefallen tun, wenn man irgendwie halt zwei Tage in Osaka rumläuft. Und die ganzen Leute, die da rumlaufen dann mit den Kameras, dann denken so, hm, ja, ich muss ja jetzt das Video machen und wenig Zeit und dies, das. Und in zwei Tagen muss er schon online sein. Also, ich finde auch, ehrlich gesagt, es ist schöner, wenn man die Kamera bekommt, richtig viel Zeit hat, richtig schöne Dinge machen kann. Ich würde auch ehrlich gesagt dafür plädieren, und das wäre so ein bisschen mein Wunsch, es wäre schöner, Möglichkeiten zu haben, das Objektiv einzusetzen im wirklichen Praxiseinsatz. Und da hapert es ja auch bei uns immer. Weil, schon mal dran überlegt, dass wir nicht bei einem Job, wo wir bezahlt werden für Fotos, ein Vorserien-Testmodell mitnehmen können, wo wir... Also, das ist wie ein Formel-1-Rennen fahren mit einem Testauto. Genau so ist es. Ein unerprobtes Testauto. Weißt du, das macht doch keiner. Also, wenn... Und das ist unser großes Manko. Wir würden gerne mehr Praxiserfahrungen aus dem Alltag, aus dem Job liefern. Aber eine Kamera, wo keine RAW-Daten lesbar sind, eine Kamera, wo keine Profile verfügbar sind, eine Kamera, die abstürzt ab und zu wegen Vorserien, ein Objektiv, was nicht fokussiert in der Hinsicht, weil der Fokus nicht abgestimmt ist, oder wo man nicht mal weiß, ob es zentriert oder nicht zentriert ist, das bringt halt gar nichts. Also, das kann man nicht einsetzen. Und das sozusagen zu ermöglichen, fände ich ehrlich gesagt eine schöne Möglichkeit. Also, zu sagen, hey, hier ist ein Objektiv, gibt es irgendwas, wo ihr das wirklich auf Herz und Nieren prüfen könnt, dann macht das. Das wäre eigentlich so meine ideale Vorstellung. Ich glaube, das würde die Objektiv-Reviews noch authentischer machen. Aber gut, so brauchen wir einfach länger dafür halt. So brauchen wir einfach länger dafür. Weil man sich die Möglichkeiten erst schaffen muss irgendwie, ne? Ja, oder halt warten darauf, dass sie passieren. Oder halt, ja. Also, das ist ja auch in gewisser Weise ein Schaffen von Möglichkeiten. Vielleicht auch mal ein Shoutout an Sigma, die ein Astroobjektiv im Februar rausbringen. Muss man ja nur ein bisschen reisen. Muss man nur ein bisschen reisen. Am besten auf die südliche Seite der Kugel. Wir haben noch ein bisschen Technik mitgebracht. Du hast eine Sache mitgebracht, ich habe eine Sache mitgebracht. Was hast du mitgebracht? Was Großes? Warte, soll ich jetzt mal? Äh, so groß ist es nicht so schwer. Ich habe was Kleines mitgebracht. Okay, wollen wir mit den Kleinen anfangen? Dann schiebe ich es wieder raus. Ich habe was mitgebracht, worüber ich mit dir reden wollte. Und du hast es ja auch schon am eigenen Leib erfahren. Ja. Ich finde, ehrlich gesagt, alle reden immer von AK-Swiss und alle reden von Objektiv-Mounts. Ich finde, ehrlich gesagt, Falcom hat einen der schönsten Mounts für alles hergestellt. Das Interessante ist, um das vielleicht mal reinzuzeigen. Das hier ist eine kleine Mountplatte von Falcom. Und es gibt F38 und F22 Mounts. Und der F22 ist so ein ganz kleiner Mount. Der F38 ist ein größerer Mount. Und ich glaube, das ist ein Millimeter. Angaben, also 22 Millimeter und 38 Millimeter. Und der 38er, der F38, ist ein AK-Swiss-Mount. Also mit AK-Swiss-kompatibel. Kompatibel, so. Ich kann also den Falcom auf AK-Swiss packen. Und jetzt guckt dir mal das an. Das ist so rechtwinklig. Und zwar länger als breiter. Rechteckig? Ja. Und nicht quadratisch? Nicht quadratisch. Das heißt, der hat den F22 integriert. Also der hat F22 als auch ... Also quasi so eine Adapterplatte. Ja, den kannst du halt so in F22 reinstecken und so in F38 reinstecken. Und dann gibt es entsprechend für GoPro-Mounts und für kleine Adapter. Und ich finde, dieses System ist so geil geworden. Also es ist einfach so cool geworden. Das ist so ... Also gerade so für so Action-Cams oder so, so eine Insta360 oder so. Monitore. Stimmt eigentlich im Prinzip sehr vieles. Alles, was verbunden wird mit der Kamera, ne? Ich meine, gerade die Größe ist halt sehr Handy für so ... Abartig gut, ne? Ja. Also wahnsinnig gut. Das klingt auch gut, ne? Das ist Julanzi, ne? Im Falcom ist die Edelmarke von Julanzi. Ah, okay. Ja, das gibt auch keine Falcom-Seite. Es gibt Falcom-Produkte nur auf Julanzi. Aber das ist sozusagen die Edelmarke. Ich finde, das ist so geil geworden. Also gerade diese extra Sachen ... Also für so Rigger und Bastler ist das echt ein feines System. Finde ich das Beste ever. Also wir haben ja auch diese Hawkeye-Mounts von SmallRig. Stimmt, ja. Die finde ich nicht gut. Nee, die sind alles so ein bisschen hamperlich, ne? Ja. Vor allem, die passen halt nur auf Hawkeye. Also ich finde, das Allergeilste ist halt, dass wenn du hier so ein ... Nehmen wir mal vor, da ist ein Action-Cam. Dann kriegst du die auch einfach auf ein normales Fotostativ. Ja. Also indem du das einfach um 90 Grad rotierst. Und was wäre das für ein Gehampel wieder mit ... Und dann hast du, ist das ein Impuls oder brauchst du doch einen breiteren und dies und das. Dann hast du das auf der Kamera, das auf dem Gimbal, also überall ist halt irgendwie ein kompatibler Maul. Also finde ich wirklich genial. Ja, Ari Rosette ist auch noch dran, wenn man es irgendwie noch dran dödeln will, irgendwo. Ari Rosette. Sag das nochmal. Und dann habe ich auch noch Dödeln gesagt, ne? Das war ... Die Ari Rosette zum Randödeln. Tilo, das ist jetzt nicht mehr jugendfrei, das Video hier. Das wird jetzt Mist. Können wir keine Werbung hier wieder ausspielen für Milliarden. Hast du gerade wirklich Ari Rosette Randödeln gesagt? Ja, irgendwie so wahrscheinlich schon. Tut mir leid. Ich komme aus der Nähe vom Pott. Ja, ich komme aus dem Pott. Oh Gott. Oh Gott. Aber es heißt Ari Rosette, also dafür kann ich nichts. Also ganz kurz, der Ari, das ist so ein Ari Mount, wo man dann so Handgriffe rotieren kann um 63 Grad. Der heißt wirklich Ari Rosette. Okay, was hast du mitgebracht? Wir haben schon wieder fast eine Stunde. Was für den Heimgebrauch. Naja, es geht so, aber es sind ... Heute ist der Tag der speziellen Dinge, ne? Ja, es ist etwas sehr Spezielles, muss man sagen. Aber es sind Glühbirnen im Prinzip. Das ist jetzt so eine Sache aus unserem Joballtag, muss man sagen. Ja, und dafür ist es mega geil, muss man ganz ehrlich sagen. Also, es wird ja mit Sicherheit jeder ... Achtung, wir nutzen es sehr selten und da wir es irgendwann weiterverkaufen wollen, halten wir sogar noch den Karton hier aufrecht. Kennt ja wahrscheinlich jeder die Situation, oder nicht jeder, aber der ein bisschen gefilmt hat, dass es manchmal flackert. Ja. Vor allem alte Glühbirnen. Nicht mehr mit Global Shutter. Nicht mehr mit Global Shutter. Okay, aber da brauchen wir vielleicht noch ein paar mehr Kameras, um das zu erleben. Zu leben. Dafür gibt es was Feines in diesem Köfferchen, nämlich Glühbirnen, die nicht flackern. Haha. Das ist total geil, ne? Also ... Ich will auch eine. Also, man kommt irgendwo hin, sagen wir mal. Man möchte irgendwo drehen und natürlich sind Lampen schon irgendwie dafür da, um Licht zu machen. Und haben auch eine gewisse Funktion, oft auch da, wo sie stehen. Aber oft sind Glühbirnen halt ein bisschen kritisch, gerade wenn man noch irgendwie Filmlicht hat, was wieder auf einer anderen Frequenz ist oder man auf einer anderen Frequenz filmt, als man und so weiter, bla bla bla. Und die haben einfach, was ist das? E27 wahrscheinlich, ne? Normale Fassung. Das ist E27, ja. Die kann man einfach ersetzen. Haben Akku drin, werden aber auch über die Lampe selber betrieben. Guck mal, Thilo. Das ist ein bisschen die Freiheitsstatue. Nein, das sind einfach E27, LED-Bürnen, RGB-LED-Bürnen, die leuchten, Akku versorgt, können aber auch über den E27-Anschluss mit Strom befeuert werden. Und die kann man dann über Apps steuern, haben USB-C-Anschluss zum Laden, können hier über die Sache jeweils auch selber gesteuert werden. Und damit kann man halt in irgendwelchen Räumen das jeweilige Licht setzen, was man braucht. Oder halt ersetzen. Ja, also wenn wir filmen, dann kommen wir mit teilweise drei, vier solchen Koffern und bauen erstmal die ganze Location auf steuerbares Licht um. Und das ist halt total geil, dass man einfach den Tisch, wenn man zum Beispiel hier ein Interview hätte, dann kann man im Hintergrund sozusagen noch ein bisschen Licht machen. Man kann das aber halt perfekt dimmen, einstellen von der Färbung. Man kann dann irgendwelche schönen Komplementärkontraste machen, irgendwie hinter jemandem ein blaues Licht setzen, hinter jemandem ein anderes ein rotes setzen. Und das ist halt auch wieder so super spezial. Was den Koffer auch besonders macht, das muss man dann an der Seite sehen, der hat hier unten eine Ladebuchse und der lädt sozusagen dann sämtliche Birnen hier voll. Das heißt also, die haben einen Akku eingebaut, können über Strom versorgt werden, aber werden auch über den Koffer komplett geladen. Man kommt also nach Hause, steckt den Koffer hier an. Kaltstrom ist das auch. Kaltstrom macht ihn an und dann laden alle Glühbirnchen wieder auf. Dann laden alle Glühbirnchen. Ist sehr special, ich weiß. Das ist jetzt nichts, was man sich mal für eine Hochzeit einen in eine Birne irgendwie mitnimmt. Das kommt auch eher aus dem Videobereich. Aber wir sind solche Lichtfanatisten. Ja. Und damit kann man schon nochmal... Boah, das ist so geil. Wir haben auch öfter schon irgendwie Aufwand betrieben, in so Stehlampen irgendwelche Blitze reinzubauen oder so. Das ist damit natürlich wesentlich einfacher. Ja, das ist einfach ultra cool, weil man es halt einfach frei steuern kann. Und ich glaube, das beschreibt einfach so Fähigkeiten, die es heute gibt, Möglichkeiten, die es heute gibt. Ich glaube, die Fotografie und die Videografie ändern sich so drastisch durch LED-Licht, durch Global Shutter. Also ich glaube, wir merken gar nicht, wie stark die Veränderung wirklich stattfindet, weil wir immer noch so... Ich finde solche Sprüche so... Nur die Deppenfotografie mit Offenblende, weil... Weißt du das? Wie geht der Spruch, dass die Unschärfe irgendwie so... Unschärfe ist für blöde Fotografen, die keine Schärfe setzen können. Also die nicht mehr im Motiv arbeiten können, weißt du? So ein bisschen mehr so... Gibt es nicht sowas auch mit Deppen-Vignette? Deppenspot. Vignette ist der. Genau, so rum was. Ja, aber übrigens, das ist auch irgendwie... Mir ist es zu groß und zu schwer. Ja, es dauert auch viel zu lange, weißt du? Baby Light, bestes Light. Ja, also komm, Blitzen ist eh kacke. Sowieso. Ja, voll. Super nervig. Am besten ist vorhandenes Licht. Das ist ja auch eh vorhanden. Ja. Ja, weil viel schöner. Nicht, weil ich faul bin, sondern weil viel schöner. Ist halt natürlich, ne? Ja. Ja. Aber wollen wir es irgendwie up-rappern? Ich weiß nicht. Also wir haben jetzt über sehr viele spezielle Themen geredet. Ich hoffe, das war auch, auch wenn wir so ein bisschen Inside-Talk zu YouTube-Kram gemacht haben, ein bisschen nachvollziehbar, was wir meinen. Ich glaube, ehrlich gesagt, ich glaube, ehrlich gesagt, Thilo, ich gucke mir doch auch super viele Sachen an über YouTube, die ich nie machen werde. Ich gucke mir auch Kinoproduktionen an von irgendwelchen Filmen und sage, boah, geil. Und dann probiere ich immer so ein kleines bisschen zu übersetzen und ein kleines bisschen zu übernehmen und ein kleines bisschen zu umzuwandeln. Und ich glaube, das kann man egal, wo man wie steht, auf welcher Hackordnung leidet, da sonst was, blablablub. Ich glaube, man, übrigens bringe ich das auch immer gerne meinem Sohn in Baden bei. Ich habe letztens eine Diskussion mit ihm gehabt, weil er gesagt hat, irgendwie alle sind da irgendwie größer und besser und können das besser. Bei einer Sache habe ich auch gesagt, hier, man lernt am besten, wenn man, ich habe Tennis gespielt damals und ich wurde immer in Gruppen gesteckt, wo alle besser waren als ich. Das Ergebnis war, es war sehr frustrierend, aber ich bin sehr schnell sehr viel besser geworden. Also man wird mitgezogen. Am besten vergleicht man sich nach oben und nicht nach unten. Wenn man besser werden möchte. Wenn man besser werden möchte. Wenn man besser werden möchte. Nein, und auch so ein bisschen die Abstraktionsfähigkeit, so aus Videos oder was auch immer, irgendwie was mitzunehmen und so ein bisschen Transferleistung zu machen. Das ist, glaube ich, das, was wirklich wichtig ist. Es gab ja auch sehr viele, die übrigens deinen Workshop sehr gehighlighted haben, den du gemacht hast. Das Kölschenschut mit dem Speziallicht mit diesem oder diese Lightsticks und dieses Glasfaser Pinsel da gebracht hast und so. Das fanden die mega cool. Und ich glaube, das sind auch sehr viele Sachen, wo du gesehen hast, die machen wir so und so normalerweise. Ach, ich mache die jetzt mal anders. Das ist auch so eine Übertragungssache gewesen, oder? Ja. Das ist der Wahnsinn. Also, ich finde, die Fotografie behauptet sich ja gegen das Handy. Und weißt du, wenn ich sage, das Objektiv ist mir zu schwer, zu groß, zu teuer, der Weg ist nicht mehr weit zum iPhone 15. Wer rastet, rostet oder so. Wer so ein bisschen zu bequem wird in vielen Sachen. Manche Sachen müssen halt ein bisschen wehtun. Es ist schön, dass man keine Bleiakkus mehr durch die Gegend tragen muss. Ich habe es jetzt gemerkt bei einem Objektiv. Ich war in einem Tierpark mit der Family und ich hatte ein 300mm Objektiv dabei. Und neben mir stand ein iPhone-Typ mit 15-fach Zoom. Und ehrlich gesagt hat er diese blöde Beutelratte, war keine Beutelratte, aber der hat die Beutelratte näher drauf gebracht als ich mit 300mm. Es sah nicht so schön aus und es sah auch nicht so prägnant aus. Es war auch dann 50 Mal verwackelt und er hat irgendwie gekämpft. Aber er hatte keinen Rucksack dabei. Aber er hatte keinen Rucksack dabei. Und wenn es nur darum geht, dass man einfach nur ein Foto hat, geht er nach Hause und sagt, guck mal hier, Beutelratte. Aber, also, verstehst du, ich glaube die Gefahr, und da würde ich gerne nochmal appellieren, da schließt sich vielleicht der Kreis zu den Kommentaren am Anfang. Ich würde darum betteln und bitten, dass wir einfach nicht uns selber kaputt machen. Also, Faulheit ist was sehr, sehr, sehr Einfaches. Und das Objektiv immer eine Nummer kleiner, eine Nummer leichter, eine Nummer günstiger. Und die Reise, da ist man auch wieder beim Vergleichen, weißt du? So vergleicht man sich nach unten oder nach oben. Das ist, glaube ich, ja, das ist das Ding. Jetzt sage ich nichts mehr. Ich auch nicht, außer Tschüss. Danke fürs Zuschauen. Wenn noch jemand mal so ein Däumchen nach oben geben möchte, das muss man ja mal machen, sollte man eigentlich am Anfang machen, oder noch nicht abonniert hat, irgendwo hier klicken. Ja. Und sowas. Ja. Wenn man Transferleistungen leisten möchte, kann man auch mal einen Workshop bei dem besuchen. Oder bei dem. Tschüss. Wir fahren jetzt morgen nach Zings. Stimmt's. Ei, ei, ei. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall.